Willkommen zurück zu Let's Play GTA 5 Online. Heute mal mit dem Christian oder Chris. Ja, egal, Chris. Hallo. So, wir sind jetzt direkt wieder in einem Rennen, weil heute war ja eigentlich geplant, dass Hanni mitspielt, aber der hat nur kurzerhand keine Lust mehr gehabt. Und deswegen ist Christian dabei. Ich denke mal, du wirst jetzt in der nächsten Zeit öfter mal dabei sein. Ja. Das Ding ist halt nur, wenn ich zum Beispiel jetzt das nächste Mal eine Trudy aufnehmen, denke ich mal, werde ich mit dem erstmal alleine aufnehmen. Und dann halt, wenn wir mal alleine aufgenommen haben, wirst du dann, denke ich mal, wieder irgendwann mit dabei sein. Ja, ich bin auf jeden Fall immer bereit, mit dir aufzunehmen oder so. Sehr gut. Das Ding ist, das Rennen ist hier so jetzt wieder eingestellt. Das Aufholen ein ist, das heißt, der Erste ist eigentlich nie sicher Erster. Also, das ist alles so jetzt ein bisschen gecheatet. Aber, das stört ja niemanden. Achso, geht es dann mit Zeit, dann wer halt die schnellste Runde hat oder wie? Nee, das ist... Der Erste ist sozusagen immer langsamer als der Letzte. Oder der hinter mir halt. Also, der hinter dir oder so. Letztendlich bin ich gerade Erster. Nee, jetzt bin ich Zweiter. Ja, ich bin halt immer, wenn ich Zweiter bin, schneller als du. Das ist halt so ein bisschen Beschiss, aber macht das Spiel halt interessanter. Oh shit. Der hat dich weggenommen. Oh shit. Oh ja. So wünschen wir das doch. So ja, hier ist wieder Musik an. Ich hoffe mal, die hört man so ein bisschen zumindest. Ich bin Vierter von Fünf. Was ist denn da los? Also, ich bin Zweiter, Dritter. Aber ich bin halt jetzt schneller als alle anderen. Ja, klar. Ja, ist wirklich so. Ohne Spaß. Jetzt bin ich, glaube, hinter dir. Das ist schlecht für dich. Ja, sehr schlecht. Aber du bist halt jetzt um einiges schneller. Das heißt, es ist quasi egal. Auf der Minimap wird das Auto auch als Auto angezeigt. Was ist denn da los? Seit wann ist denn das so? Ja, das ist so ein gepanzertes Auto aus den EIS-Missionen da. So, okay. Er boxt mich einfach wieder weg, das Schwein, ne? Ja, wegen dem bin ich auch jetzt Vierter. Der hat mich voll weggemacht. Boah, so ein Spastard. Ich finde das ja nicht in Ordnung, ne? Ne, richtig asozial. Das Problem ist halt nur, man kann auch nicht vor dem Weg fahren, weil halt dieses Aufholen eingeschaltet ist. Ja. Also, ich hasse sowas. Ich glaube, ich kriege den noch. Na, das mache ich dann beim nächsten Rennen, wenn wir noch eins machen, dann aus. Ja, das können wir ja direkt danach machen. Ja. Weil eigentlich hatten wir uns jetzt auch schon so gedacht, dass man ja so eine Heiß-Mission machen kann. Die erste da, mit den Vorbereitungen. Oh, da bist du. Ja. Aber es dauert halt einfach zu lange, weil wir wollten jetzt maximal eine halbe Stunde aufnehmen, damit das Video morgen noch rauskommen kann. Oh, nee. Jetzt hast du mich kurz vorher noch überholten. Ja. Oh, shit. Da bin ich fast letzter geworden, glaube ich. Ne, einer spielt dann noch. Oh, kacke. Ja, der ist mit so einem Strand-Buggy gefahren. Jetzt. Was, nur 2000? Hey, komm, ich habe 1400 gekriegt, also bitte. Ja, ich würde sagen, das gefällt mir. Trotz, dass ich hier nicht Erster geworden bin. Mehr nicht. So, lass mal hier dieses... Hm, was? Und das hier? Ja, dort oben rechts, ja. Okay. Ich habe erst überlegt, ob wir so ein zufälliges machen. Ja, aber das ist dann scheiße, nachher wird es noch ein Luftrennen und fliegen kann ich jetzt hier auf dem PC noch nicht so gut. Ja, dafür habe ich einen Controller, muss ich ganz ehrlich sagen. Also da habe ich mich schon vorbereitet seit GTA 4. Ich habe heute übrigens auch so ein GTA 4 gefunden, für ein PC, was noch voll eingepackt war. Also was halt noch komplett neu war. Ja. Ja, das habe ich nie ausgepackt. Ich bin so behindert, ne? Oh, steht was denn hier los? Ich habe mir auch überlegt, ob ich mir GTA auf, also auf, äh, äh, CD hole, also DVD, dass ich es dann so installieren kann. Aber, äh, ich habe gehört, es sollen sieben CDs sein. Ja, das hat mich auch am Anfang abgeschreckt. Ich habe es mir jetzt auch runtergeladen, aber das Runterladen ist halt auch nicht gerade besser. Ja, das, bei mir hat es, glaube ich, einen Tag gedauert, was. Und ich habe auch nicht wirklich eine schlechte Leitung oder, ja, mittelmäßige Leitung eigentlich. Ja, weißt das Problem ist halt, dass, wenn das ganz viele runterladen wollen, dass es dann langsamer geht, weil die Server dann überall beansprucht werden. Ich freue mich ja, wie ist das, wenn man jetzt zum Beispiel das Spiel sich bei Steam kauft und es bei Rockstar Social Club aktiviert wird. Kann ich das dann auch vom Rockstar Social Club runterladen, falls Steam irgendwann mal nicht mehr existiert, worum auch immer? Ich weiß nicht, äh, ich denke mal nicht. Also, ich habe es ja außer Seen über Rockstar geholt. Ich gönne mir jetzt erstmal richtig hier. Hast du jetzt das Aufholen ausgeschaltet? Ich war nicht der Horst. Scheiße, stimmt. Oh fuck, ich kriege erstmal aufs Maul, ich lässt es kommen. Ne, okay, ich halte mich da ganz gut von raus. Schub mich halt. Oh, da habe ich ihn erstmal geflankt. Ja, unfair. Moinsen. Aber das Spiel, muss man ganz ehrlich sagen, läuft super flüssig, also nichts im Vergleich zu GTA 4. Ja, GTA 4 war ja echt der Horror. Nein, ich bin nicht Letzter. Nein. Och Mann, der Bobby da kann nix machen. Jo, was willst denn du jetzt? Das hat's nicht überschlagen. So, ich mache das jetzt wie ein Profi. Im Windschatten. Und jetzt steppe ich hier einfach vorbei. Ja, sorry, weißt du, der hat mich geschubst. Da habe ich ihn einfach gedreht. Wollte mich wegschubsen. Aber ich habe mir auch noch überlegt, ob ich mir eventuell einen Controller zulege. Ja, du hast noch gar keinen Controller gehabt für den PC. Ne, ne. Weil dafür spiele ich zu selten irgendwie solche Spiele am PC. Wenn ich ehrlich bin. Alter, erzählt mich einfach, jo. Moin. Aber die Karre, die geht auch ganz schön ab. Ich muss dann mal das Radio ein bisschen lauter machen, weil das hört man kaum. Ich habe es auch ausgemacht, weil ich dich sonst nicht höre. Da kannst du einfach den Ingame-Sound leise machen. Ja, ich weiß, aber da muss ich in die Optionen gehen. Oh. Oh, das war jetzt ganz schlecht hier. Auf wievielten Platz bist du? Fünfter. Ich bin 8. Oh, ich kann mich resetten hier, das funktioniert sonst nicht. Mein Rad ist so eingeklemmt. Jou. Jetzt bin ich 8er. Nicht 7er. Mein Glückwunsch. Ich glaube... Oh, Wichse. Die Wahl vom Auto war einfach scheiße. Ich bin 5er, ich bin 5er, Mama. Ich bin 5er. Jawohl. Ich bin auf dem 5. geschafft. Ich bin wieder ein Platz hinter dir. Es kann einfach nicht wahr sein. Immerhin bin ich ein Schneider geworden. Aber ich finde die Steuerung vom PC, also mit dem Auto, ist wesentlich besser als vom PS3 und PS4. Ja, das Ding ist nur, du kannst halt beim Lenken entweder voll einschlagen oder du nicht einschlagen. Und das ist halt vom Lenken her und das ist halt meistens nicht so optimal, vor allem, wenn du halt mal ins Strauchen kommst. Aber, naja, gut. Ja, gefällt mir. Ich gehe jetzt auch gerade mal mit dem Controller hier, weil das für Rennen und sowas angenehmer ist. Ja. Aber ich glaube, wenn man sich das so mit der Tastatur so angewöhnt, da geht das auch ganz gut. Ja. Hätte jetzt mal Bock auf einen Fight irgendwie, also hier auf so eine Mission oder so. Ja, dann gehen wir auf freien Modus, oder? Nee, ein Rennen können wir noch machen. Wobei, doch, komm, ach nee, ist vorbei. Ich könnte gar nichts mehr machen. Ich bin ja mal gespannt, ob GTA jetzt wieder abkackt, weil das ist mir jetzt schon so oft abgeschmiert. Also, es hat sich wirklich einfach aufgehangen. Ich habe keine Explosion oder so, aber es hat sich einfach aufgehangen. Komisch. Du bist aber jetzt nicht hier im Rennen. Doch. Doch bin ich. Ja, einen können wir noch. Vom letzten Shop, nee, bringt nichts. Was ist denn hier jetzt eingestellt? Sieht man die Spieleinstellung irgendwo? Nee, natürlich nicht. Doch, links. Da steht Geländewagen. Ach so, ich war jetzt hier schon zu weit. Äh, Renntyp. Aufholen, ein, ja. Oh, der Spaß, Mann. Wieso, wieso merkt das niemand, oder warum stellt man das immer ein? Da hast du als Erster einfach mal keine Chance, in den Vorsprung rauszufahren. Nee. Ich meine, gut, ich bin sowieso nie Erster, aber es ist halt einfach mal richtig unfair. Ja, das stimmt. Gut, mein eigenes Radio ist aktiviert. Sehr gut. Die Sitzung wird gestartet. Oh ja, ich kann inzwischen nochmal schönes Trinken. Okay, da halt nicht. Was soll ich jetzt? Ich nehme einfach wieder dieses komische Bike. Naja, oder ich nehme so ein gepanzerten, nee. Ach was, das ist jetzt ziemlich schießend. What? Na, hier kann ich mir jetzt Schuss kaufen, das heißt, das ist ein GTA-Rennen, glaube ich, zumindest. Oh nee. Und deswegen werde ich jetzt mit Tastatur spielen, weil ich damit einfach um einiges besser zielen kann. Hoffentlich nicht. Ja, komm, gönn mir. Doch, das müssten GTA... Oh, das ist natürlich schlecht, dass ich jetzt hier mit dem Bike unterwegs bin. Das ist ganz schießend. Ach du Scheiße, ey. Wir haben wieder voll verkackt, Mann. Jawoll. Oh Mann. Kann man hier den Boost aktivieren? Keine Ahnung. Lord. Mir wurde erstmal wieder richtig gegönnt. Ja, mir auch. Den Boost, wo konnte man denn jetzt aktivieren? Das habe ich doch überhaupt nicht gemacht. Ich mache mal kurz hier... ...mein Radio leise. Wie will er mich verarschen? Er badert mich einfach ab. Ey, der dumme Pisser. Na, jetzt habe ich je verkackt. Jetzt bin ich Letzter. Nee, 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 doch nicht. Raketen, wie nehme ich das? Oder wie, wie? Oh shit, da wurde ich wieder weggebommen. Magi. Ah, mit E kann man das machen. Oh, so geil. Jo, ich habe einen Platten. Oh Gott. Ich auch. Das finde ich immer richtig Premium. Oh, ich bin jetzt der Drift King. Ich habe vorne und hinten Platten. Scheiße. Ich wollte mich jetzt eigentlich verarschen. Und den vom Motorrad runter schlagen kann man den nicht. Oh, da wurde ich wieder zerstört. Ey, Jan, Thor Thompson, du bist so ein Arschkeks. Das war jetzt da. Stell der sich dort mit seinem Scheiß hin, ne? Naja, richtig armzählig. Das Ding ist halt... Das ist ein hier Zuschauer, beziehungsweise... Ich habe ihn gekillt. Sehr schön. Oh. Das ist ja richtig armfähig, wenn er sich da hinstellt. Oh shit. Schnell abhauen. Uppalade. Ich bin 8er von 10. Jo. Ich mache den jetzt fertig. Ist mir doch egal. Ich hoffe mal für den, dass er nicht wieder da steht. Er steht einfach wieder da. Spassart. Ja, mit Lenkraketenwerfen. Was ist das für einer? Er hat's richtig drauf, du. Oh nee. Oh fuck. Oh fuck. Ich bin tot. Ja. Ja, verreckt nicht. Oh, da muss ich jetzt mit einer Sniper ran. Das ist einfach mal überhaupt kein normales Spiel, ne? Das ist einfach nur wieder Deathmatch. Hä, wie er nicht stirbt? Was ist denn das mit dem? Ja, das war ja bei mir auch so. Wo steht er überhaupt? Ey, ich habe einfach mal keine Kontrolle mehr. Die Mist gebrochen. Ja, so will ich das nicht. Warum ist eh die Gruppe und die Scheiße gleichzeitig? Was, jetzt habe ich kein Item, die kriegt, jo. Richtig armzählig wieder da rumgammeln.